finale im raum dämmerung ich würde sagen wir starten einfach mal durch und gucken eigentlich geo hier am besten ja ich bin uns also recht von den gegnern her ist das so ich mache trotzdem irgendwie sowas wir starten einfach durch jetzt keine lustig zu machen egal das wird schon ich brauche eigentlich nicht viel machen denke ich ist klar dann lass uns von durchstarten ich bin für mich die beste waren ich bin ich nicht die beste war Ich dachte hier kommen wir auch mal ein Hydro-Monstern, aber irgendwie... Wie? Ah, da sind sie. Auch hier ist gewartet, aber... Inasuma. Solidify, Order Guide. Illusion shattered. Into the wind. Fallen Leaves, Adorn my knife. Inasuma shines eternal. 14.000. Immerhin. Jetzt sah erst mal nicht so gut aus. Ja, okay. Ja, aber trotzdem geschafft, denke ich, ne? 4.000 brauchen wir. Alles gern. Das wäre das gewesen? Na gut, also theoretisch ist Geo hier echt nicht schlecht. Kann man das hier auch abgeschlossen? Richtig, richtig. Im Shop kann man was aufkaufen. Eigentlich unnötig, aber okay, gehen wir uns. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.